Liebe Schach-Community, vom 7. bis 9. Juni fand das Duell zwischen Wladimir Kramnik und José Martínez in Madrid statt. Ich hatte berichtet, ein Video gemacht aus Bad Königshofen vor zwei Tagen, jetzt bin ich zurück wieder in Hamburg. Ich habe es leider nicht live verfolgen können, ich hätte es so gerne live verfolgt, muss ich sagen. Es wurde live übertragen, Gotham Chess hat auf seinem Kanal das Ganze kommentiert, unter anderem, aber auch die spanischen Kommentatoren, Kult-Kommentatoren, muss man sagen, Pepe Cuenca und Divis. Die waren natürlich so ein bisschen parteiisch, haben ihrem, ja, Lanzmann kann man nicht sagen, aber ihrem spanischsprachigen Lanzmann so ein bisschen die Daumen gehalten. Es war eigentlich angesetzt auf 36 Partien, Blitzpartien, 3 plus 2, 18 am Brett, 18 online, wobei man sagen muss, die saßen im gleichen Raum und haben am Computer gespielt oder an einem Laptop, der frisch ausgepackt wurde. Letztendlich wurden es aber nur 27 Partien, wegen diverser technischen Probleme. Das Ding ist, ich habe das Match leider nicht verfolgen können, deswegen kann ich nicht auf jeder Einzelheit eingehen, was da passiert ist. Ich bin mir sicher, viele von euch haben es verfolgt, live angeschaut. Letztendlich kann man konstatieren, José Martínez ist ein super starker Großmeister, der völlig zu Unrecht von Wladimir Kramnik beschuldigt wurde. Kramnik selbst sagt, er hat ihn nicht beschuldigt, des Cheatens beim Title Tuesday, er hat nur Andeutungen gemacht. Aber viele Fans und viele Experten sehen das anders und sehen auch, dass José Martínez ein extrem starker Spieler ist. Es gab halt ein Teil, es wurden 13 Partien am Brett gespielt, ne 14, und letztendlich nur 13 Partien online. Es wurden ein paar mehr online gespielt, aber ein paar Partien wurden nicht gewertet, wie gesagt, wegen einiger technischer Probleme. Und Kramnik hat sich mal wieder rund um die Uhr beschwert und sieht das ganze Match jetzt letztendlich auch nicht wirklich als gespielt an, obwohl das Endergebnis eigentlich eine klare Sprache spricht. Später dazu mehr. Wir schauen uns erstmal eine Partie an, vom Sonntag. Und hier hat Martínez weiß. Interessanterweise spielten sie die ganze Zeit die gleiche Eröffnung. Die gleichen Eröffnungen. Martínez eröffnete immer mit E4. Und ich glaube, durchgehend hat Kramnik französisch gespielt. Mit weiß hat Kramnik eigentlich immer D4 gespielt und es kam fast immer katalanisch aufs Brett. Also es war ein bisschen monoton, was die Eröffnung betrifft. Aber zumindest wurde innerhalb dieses Kosmos die Klaviatur der Theorie schön durchdekliniert. Insbesondere hier nach Springer D2, E4, E6, D4, D5, Springer D2, Tarasch-Verteidigung gegen Französisch. C5 spielte Kramnik immer. Manchmal nahm Martínez hier raus. E, D5, das ist der Hauptzug. Aber manchmal spielte er auch Springer G, F3. Schlagen auf D4. Schlagen auf D4. Springer C6. Läufer B5. Läufer D7. Hier kann man jetzt mit dem Läufer nehmen oder mit dem Springer. Er nimmt mit dem Springer. BC6. Und jetzt muss der Läufer wieder zurück. Weiß hat ein Tempo verloren. Vermeintlich, aber schwarz hat sehr viele Bauernzüge gemacht. Hat ein starkes Zentrum. Läufer D6 entwickelt den Läufer. Ruchade. Dame C7. Greift den H2 an. H3. Springer F6. Das erinnert mich so ein bisschen an eine Sizilianische Variante aus der Taimanov-Variante oder der Paulsen-Variante aus dem Universum. Die Struktur kennt man. Dadurch, dass der Springer auf D2 steht, versperrt er zwar den Läufer hier. Es ist aber C4 möglich, um das schwarze Zentrum zu attackieren. Es geht weiter mit Turm E1. Ruchade. C4. Ja, das ist wichtig, dass man das schwarze Zentrum attackiert. Aber kleines Problem mit dem Läufer auf C1. Es geht weiter mit Turm AD8. Wir sehen auch, Martine ist super schnell unterwegs hier. Hat noch keine Zeit verbraucht. Während Kramnik schon wieder fast eine Minute runter ist von seiner Zeit. Gerade für den letzten Zug dachte er lange nach. Wahrscheinlich das Beste hier, schlagen auf E4. Idee ist, Springer E4, nimm, nimm und dann F5 am Ende. Und dann E5, ein starkes Zentrum aufzubauen. Ich habe das ein bisschen analysiert, weil mich das interessierte. Ihr hört mich leicht erkältet. Es könnte eine Erkältung sein. Das könnte aber wieder diese Pollen-Geschichte sein. Ich weiß es nicht. Ich fühle mich eigentlich normal, außer meine Nase ist ein bisschen verstopft. Besser ist hier Läufer E4. Und hier Springer E4. Springer E4 würde zu weißem Vorteil führen. Läufer zurück und dann Läufer F4. Nutzt aus, dass der Läufer hier auf D7 ungedeckt ist. Und weiß bekommt hier eine Übermacht. Nehmen, nehmen. Führt zu einer besseren Struktur. Ja, und wenn die Dame wegzieht, ist Läufer D6 ein kleines Problem. Also hier sollte man Turm AD8 spielen und das Gleichgewicht wahren. Naja, aber Kramnik spielte Turm AD8. Er lässt die Struktur, wie sie ist. Dame E2, Entwicklung. Ja, man muss hier C4 und E4 decken nochmal. Um den Springer vielleicht mal wegzuziehen. Außerdem droht hier konkret E5 die Bauerngabel. Deswegen spielt Schwarz jetzt selbst E5. Das ist der Zeitpunkt, wo man auf D5 nehmen sollte. Bevor Schwarz vielleicht D4 spielt. Und mehr Raum gewinnt. Nehmen, nehmen, nehmen. So, und das ist auch eine kritische Stellung hier. Im Blitzen natürlich gar nicht so einfach, das alles zu überblicken. Wenn Schwarz den Bauer nimmt, was der beste Zug ist, dann droht weiß gar nichts hier. Also Dame E4 ist sowieso keine Drohung, dieser Doppelangriff. Dann geht der Springer zurück. Und Läufer H7, König H7, gewinnt weiß zwar einen Bauern, aber nach Läufer C6 am Ende dieser Variante hat Schwarz sehr viel Kompensation durch das Läuferpaar und durch die bessere Entwicklung. Kramnik dachte hier, wie lange nach? Naja, 20 Sekunden und spielt Turm F8. Er lässt den Bauern da stehen. Jetzt könnte Weiß mit Läufer C4 den Bauern decken. Das wäre stark. Spielt aber Dame F3. Deck den so. Dame A5. Schwarz will den Bauern unbedingt wieder haben. Fesselt hier den Springer auch. Und jetzt kommt ein sehr, sehr starker Zug hier. Turm D1. Super gesehen. Geht aus der Fesselung und droht Springer C4. Das Beste wäre jetzt Dame B4 mit der Idee hier E4 zu spielen. Springer E4 zum Beispiel. Nehmen, 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 nehmen. F5 am Ende. Und auch hier hat Schwarz Kompensation dank dieser beiden starken Bauern. Und der Bauer auf D5 ist eher schwach. Aber schwierige Varianten, vor allen Dingen wenn man materiell denkt und den Bauern zurückhaben möchte, Kramnik spielte Dame D5. Ziemlich schnell, wie ihr seht. Ist kein guter Zug. Springer E4. Und jetzt gibt es Probleme. Es drohen allerlei Abzüge auf der D-Linie. Springer E4, Läufer E4. Dame E6. Läufer G5. Alles mit Tempo. Jetzt sollte Schwarz den Turm wegziehen. Aber dann verliert er Material. Wenn Turm B8 kommt, dann kommt Läufer D5. Und am Ende, dieser schönen Variante gewinnt weißen Bauern. Greift den Läufer an. Und behält dann den Mehrbauern. Wird dann B3 spielen im nächsten. Oder Turm D2 einfach. Das wollte Kramnik nicht. Hat er mit Sicherheit gesehen. Und spielte Läufer E7. Gebt mit dem Läufer zurück. Und hier gibt es einen sehr starken Zug. Läufer D5. Dame G6. Läufer E7. Turm E7. Und hier Läufer C6. Das ist eine krasse Taktik. Auf lange Sicht. Der Läufer kommt dann nicht weg aus der Fesselung. Und der Turm auf D8 kann nicht ziehen. Die simple Drohung ist hier, die Türme auf der D-Linie zu verdoppeln. Und ich habe das ein bisschen analysiert. Und tatsächlich kann Schwarz hier überhaupt nichts tun. Völlig verrückt. Die Figuren kleben auf ihren Feldern fest. Die können nicht ziehen. Sowas wie E4 kommt einfach Dame C3 vermute ich mal. Oder Dame A3. Ja. Hier. Aber. Auch das ist natürlich auch für Martine. Ist es natürlich schwierig, alle Taktiken im Blitzen zu sehen. Er geht zurück nach E3. Verständlich. Nach E3. Greift den A6 an. Äh A7. A6. Turm AC1. Das gefällt der Engine nicht so gut. Ihr seht da bessere Züge, sei es drum Turm AC1. Jetzt sollte Schwarz Läufer B5 spielen. Mit der Idee hier ein bisschen Material zu tauschen. Aber er spielt Läufer A4. Und das ist ein dicker Fehler. B3. Läufer B5. A4. Jetzt geht A4 mit Tempo, weil der Bauer natürlich nach B3 gekommen ist. Kann ich sofort A4 spielen. Der Läufer muss wieder zurück. Ganz weit zurück nach D7. Das ist jetzt die gleiche Stellung. Weiß hat nur zwei Bauernzüge geschenkt bekommen. Und jetzt kommt Turm C7 rein da. Greift hier an. Läufer D5 ist eine Riesendrohung. Das ist eigentlich gar nicht mehr zu verteidigen. Läufer C8. Turm DC1. Hier meckert die Engine. Besser. Turm C6 hier. Die Dame hat hier überhaupt kein Feld in der Stellung. Guck mal bitte genau hin. Die hat kein Feld. Deswegen muss Turm D1 kommen. Schach. Dame D1. Und Dame D7. Zack. Zack. Dann fällt der Bauer auf A6. Und Weiß hat hier natürlich auf lange Sicht zwei Freibauern, die das Rennen machen. Kann ja auch mit Turm A8 hier auch den Turm tauschen. Wenn Turm B8 kommt. Überhaupt kein Problem. Ja, das übersieht er. Spielt stattdessen Turm DC1. Dame B3. Aber das ist ein dicker, dicker Fehler. Aber Kramnik hatte hier nur noch 20 Sekunden Zeit. Er hätte noch F5 spielen können hier. Läufer C6. E4. Dame G3. Und Läufer D7. Und dann hält er sich einigermaßen. Dadurch, dass er die Bauern mit Tempo nach vorne gebracht hat. Stattdessen, Dame B3 ist natürlich ein Kurzschluss, dass er den Bauern nimmt. Hier kommt, also hier gewinnt wunderschön. Vielleicht seht ihr es. Aber das ist ein bisschen schade, dass er es nicht gesehen hat mit einer Minute auf der Uhr. Turm C8 gewinnt hier. Nimm, nimm. Nimm. Und Dame F5. Es droht matt und der Turm hängt. Wir können beides nicht verteidigen mit Schwarz. Turm C1 Schach ist ja nicht möglich. Wenn wir ihn wegnehmen. Ja gut, Dame D1, König H2. Weil Dame C1, dann kommt Dame H7, Dame H8 matt. Es droht zweizügig matt hier. Solange der Läufer auch hier steht und den König nicht rauslässt. Das wäre ein schöner, schönes Ende gewesen. Stattdessen, Läufer C6 greift den Turm an. Läufer D6. Ja, das ist der einzige Versuch. Der Turm kann nicht weg. Läufer D7 geht ja nicht offensichtlich. Also Läufer D6, Gegenangriff. Läufer D5 aber. Jetzt geht Läufer D5 wieder. Es droht Dame F7, Dame G7 matt hier. Deswegen muss Schwarz die Mama spucken. Dame D5, Dame D5. Läufer C7. Ja, allein schon wegen der Zeitgewinn, hier weiß. Dame C4 ist der Beste, aber er spielte Dame F3. Läufer D6. Läufer B6. Turm D7. Dame C6. Droht Dame schlicht C8. H6. Noch ein Fehler zum Schluss. Und Turm D1. Und da war der Läufer weg. Und die Zeit auch. Ja, online. Und das ist das Interessante. Beide spielten natürlich sowohl auf der einen Seite mit 3 plus 2 am Brett und mit 3 plus 2 online. Und dann sah man zwei völlig unterschiedliche Ergebnisse. Am Brett gewann Kramnik knapp mit 7,5 zu 6,5. Also war ungefähr ausgeglichen. Und online gewann aber Martinez mit 9 zu 4. Und da sind jetzt auch schon die, ne 8 zu 4 sagen wir mal die letzte. Sagen wir mal 8 zu 4. Zwei Partien wurden gar nicht gewertet. Zwei Online Partien vom ersten Tag glaube ich. Und am dritten Tag gab es in der allerletzten Partie noch irgendwie ein technisches Problem. Ich habe das leider nicht mehr mitbekommen. Kramnik hat sich dann beschwert und hat dann auch nicht mehr weitergespielt. Und er ist auch gerade wieder dabei auf X. Seine üblichen Beschwerden loszuwerden. Fast schon im Minutentakt. Man kann also inzwischen schon so ein bisschen. Eine Selbstdemontage. Und es wird eindeutig, dass Jospim oder dass Martinez online einfach der bessere Spieler ist. Er ist einfach schneller an der Maus. Es gibt halt Fähigkeiten online, die man haben muss, die man am Brett nicht braucht. Und das sind halt die Fähigkeiten schnell zu sein mit der Maus. Und sogar bei 3 plus 2 hat er das Match, sagen wir mal 8 zu 4, letzte Partie geschenkt. Sagen wir mal 8 zu 5 sogar. Weil die letzte Partie hätte Kramnik eigentlich gewinnen müssen. Da stand er auf Gewinn. Also eigentlich gewonnen. Für Martinez. Und wenn man 3 plus 1 noch nimmt als Basis. Das nämlich, was beim Title Tuesday gespielt wird. Dann kann man verstehen, warum Kramnik sehr, sehr häufig verliert. Gegen solche Leute wie Martinez. Weil er einfach viel, viel langsamer ist an der Maus. Und das ist nichts Neues. Das wissen wir alle, die das länger beobachten. Und länger auch online Schach spielen. Das ist nun mal was ganz anderes, als am Brett zu spielen. Und jüngere Spieler haben einfach einen Riesenvorteil. Das ist nichts Neues. Das weiß jeder im Prinzip. Mal schauen, ob es auch bei gewissen Herren auch noch ankommt. War ein schönes Spektakel. Warum habe ich das erwähnt? Überhaupt nochmal ein Video gemacht. Ganz einfach. In Madrid ist eine ganze Menge los gerade. Es ist nicht nur dieses Clash of Claims gewesen. Sondern es gibt noch ein richtig cooles Turnier. Wir gucken mal auf das Endergebnis hier. Hier steht es. Die haben also 15,5 zu 11,5 ist jetzt offiziell das Endergebnis. Kramnik erkennt das nicht an. Ist aber auch Wumpe. In Madrid geht noch einiges ab. Und zwar gibt es Madrid Schachfestival. Und da gibt es ein paar geschlossene Turniere mit sehr vielen interessanten Spielern. Das ist jetzt direkt im Anschluss. Und finde ich cool, was da organisiert wurde. Nämlich spontan aus der Taufe gehoben. Ohne große Sponsoren. Mit viel Aktivität. Auch von David Martinez. Einem spanischen internationalen Meister. Der in der spanischsprachigen Szene sehr, sehr aktiv ist. Und da gibt es ein geschlossenes Turnier mit Levi Rossmann. Wir hatten ja letztens noch ein Video gemacht. Oder ich glaube, ich hatte es gemacht. Oder gestreamt. Levi Rossmann will Großmeister werden. Ob er es wirklich will, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das ein PR-Gag. Weil er braucht 180 Elo-Punkte dafür. Plus 3 GM-Norm. Das wird extrem schwierig in den nächsten Jahren, das zu schaffen. Aber viel Erfolg. Dann spielt er jetzt nämlich dieses geschlossene Turnier hier. In den nächsten 5 Tagen ist das. Und dann gibt es noch ein geschlossenes Turnier mit dem 10-jährigen Wunderknaben. Und kommenden Superstar Faustino Ordo aus Argentinien. Der spielt zusammen mit Eric Rosen in einer Gruppe. Unter anderem. Also die geben sich auch hier Mühe. Oder versuchen Aufmerksamkeit zu erzeugen. Durch bekannte Gesichter aus der Welt. Mit der YouTube-Welt und der Streamer-Welt. Und Anna Kramling ist auch dabei. In einem kleinen Open, das auch hier stattfindet. Ich glaube, es ist ein Open. Ich meine ja. Tja, in Deutschland. Da hinkt mir noch ein bisschen hinterher. Aber TBG bekommt leckere Einladungen zu Simultanveranstaltungen. Das ist immerhin etwas. Freut mich. Und ja, hätte ich gar nicht erwähnen brauchen. Das war's von mir in diesem Video. Ich werde auf jeden Fall in den nächsten Tagen über diese Turniere berichten. Ich bin mal gespannt, wie Levy Rossmann sich schlägt in so einem Großmeister-Turnier. Pepe Koenka übrigens, den kenne ich persönlich. Ein super geiler Typ. Also die Partie werde ich mir mit Sicherheit hier analysieren. Da bin ich mal gespannt, was da passiert. Alles klar, das war's von mir. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Schön, dass du noch da bist. Kennst du eigentlich schon Chesamee The Big Greek Academy? Dort findest du eine Menge Kurse über Eröffnungen, Mittelspielthemen, Endspielthemen und eine tolle Serie über Weltmeister. Klick einfach auf das Banner und schau nach, ob auch für dich etwas dabei ist.